Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge der Co-Op-Spieler-Kette zusammen mit Jan. Hi! Hi, ich mag Katzen. Oh Gott, ja, habt ihr seine Insta-Story gesehen? Folgt ihm auf Instagram, also uns beiden mal auf Instagram folgen. Könnt ihr gerne machen, ich blende auch mal hier meinen Instagram-Account ein und Jans Instagram-Account, also beiden mal folgen. Müsst ihr unbedingt machen, lohnt sich. Ja, ich hab ein Tigerhaut gerettet, Alter. Heute, ja, das kommt für die Leute zwar erst nach ein paar Tagen. Macht nichts. Aber ja, er hat dann... Trotzdem vorbei schon. Ja, eben. Ja, das ist auf jeden Fall voll süß gewesen. War voll nice. Ja, auf jeden Fall haben wir heute auch das Spiel hier gegen Huddersfield. Huddersfield oder so, wenn ihr ausgesprochen habt, ich weiß es nicht. Ja, und tatsächlich geht es in der Champions-League-Weile gegen Borussia Dortmund. Also spannende Spiele. Guckt euch auf jeden Fall bis zum Ende an. Dortmund wird natürlich auch mega, mega krass. Schaut dann aber auf jeden Fall bei Jan vorbei. Der hat natürlich auch seine neue Folge gerade eben online gebracht. Unbedingt da auch vorbeischauen. Mega, mega fresh. Und, äh, ja. Dann würde ich sagen, starten wir rein. Wir müssten eventuell mal wieder gewinnen. Äh, und das auch gut. Weil wir hatten die letzten... Also in der Liga haben wir letzte Spiele in der Niederlage gehabt. Wer letzte Folge nicht gesehen hat, auch die rechts unter mir verlinkt. Ähm, und vorletztes Spielen unentschieden. Also gewonnen erst vor drei Spielen. Also wird mal wieder Zeit, ne? Okay, weiteres Spiel hier jetzt in der Liga. Und, äh, wie gesagt, gewinnen ist alles dieses Mal. Oh, Mann, ey. Das kann nicht sein. Das gibt's doch nicht. Boah, jetzt liegen wir hinten. Wir müssen richtig krass jetzt spielen. Weil du kannst halt nichts machen. Ich war schon relativ weit mit hinten. Als Stürmer einfach. Das ist... Einfach nur dumm ist das. So, jetzt wieder genau da hinflanken, wo... Ich nicht den Punkt machen. Ja, oh. Alter. Oh. Oh. He he. Voll. Oh. 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 Hackentor am besten nur. Ja, das war doch... Das war so gut. Was macht der da draus? War doch nicht schlecht, wollte ich sagen. Weil der hat ihn halt echt gut bekommen. Jawoll. Oh. Da haben wir sie gefickt. Ja, ja. Da waren wir sie wieder richtig fertig. Und ab... Genau ab dem Moment, wo das Jubeln losging, hat ich Pixelbrei. Oh, ho, ho. Oh, Mann. Ich hasse diese Verbindung, echt. Aber eins zu eins. Jawoll, Leute. Das sie. Und für so eine Scheiße muss man bezahlen. Gut einen Turn gemacht. Ja, also Play... Das ist das Problem von Playstation. Aber wir haben beide einen Upload. Du von 40, ich von 50 Mbit. Und bei der Playstation. Bei mir kommen 5 Mbit an. Und bei dir auch irgendwie so 3 oder 4. Also selbst das müsst ihr erreichen. Ja, also das ist schon ein bisschen schlecht. Also es ist schon schlecht. Halbzeit. Eins zu eins. Wenigstens noch ein Tor gemacht hier. Und wir müssen das Ganze gewinnen. Komm, das kann doch nicht sein. Hier gegen Huddersfield. Komm, Alter. Was ist das denn? Flanke kommt. Boah. Das war gar nicht so schlecht. Bei mir sah das aus, als wäre da reingegangen. Nee. Das warst du, aber... Echt mit einem guten Kopfball. Du bist halt kopfballstark. Das ist das Gute. Meine Flanke war zwar scheiße, aber du hast sie ja trotzdem geholt. Schade. Ja, was gibt dir mir denn den Ball die Reaktion? Der Typ stand doch da voll dicht bei mir. Das habe ich doch gar nicht hingedrückt. Vorbei rechts, vorbei noch nicht links. Gepasst. Jetzt bitte. Jetzt schießt er einfach. Nein, ich habe gefordert. Ich dachte auch, ich habe dich auch gesehen. Und dachte, oh nee, jetzt schießt er einfach. Ja, da gab es eine kleine Lücke, der hätte perfekt durchpassen können. Ja, auch Flanken wäre cool gewesen, weil da war keiner bei dir und du bist kopfballstark. Oh Leute, das sieht wieder nach einem Unentschieden aus. Wieder kein Sieg. Und falls sie hier noch eins machen, sieht das sogar nach einer Liederlage aus. Was? Inwiefern spielt die KI so kacke, wenn man in der Spielerkehre spielt. Ich merke es. Wir haben es nicht geschafft, Leute. 1 zu 1. Immerhin nicht verloren, aber wieder nur ein Unentschieden. Das gegen diese Mannschaft. So eine Verarsche. Leute, jetzt geht es weiter in der Champions League. Ich bin gespannt, wie wir das rumbringen sollen, wenn wir nicht mal in der Liga gewinnen können. Gegen Dortmund jetzt hier zu spielen. Wir spielen zu Hause an der Anfield Road gegen Dortmund. Und ja, wenn wir jetzt gewinnen und Barcelona auch gewinnt, dann sind wir safe durch. Dann hätten wir die Gruppe bestanden. Also, wir müssen auf jeden Fall gewinnen. Und darauf hoffen, dass Barcelona auch gewinnt. Leute, Jan ist schon auf eine 77 gestiegen. Ich bin einfach minus 1 und du hast, glaube ich, jetzt plus 4 insgesamt. Oder? Ja, ja, ja. Plus 3 oder plus 4 insgesamt hast du? Ich habe bei 74 gestartet. Du hast bei 74 gestartet. Ich habe minus 1 und du plus 3 gemacht bisher. Naja. So, Liverpool gegen Dortmund. Wie gesagt, Champions League. Ja, wir wollen weiterkommen auf jeden Fall. Also gewinnen. Und darauf hoffen, dass Barcelona auch gewinnt. Dann wären wir auf jeden Fall schon weiter. Ja, mach ich. Oder auch nicht. Oh, oh, oh. Jan, Jan. Oh. Also, den einen hast du noch weggekommen. Hier schmelzt er. Aber oh, das war kein schlechter Schuss. So, mitgenommen. Bisschen effe mitgegeben. Aber na. Ja, weniger Pixelbrei gehabt. Hätte ich den Ball sogar versucht noch zu stoppen. Oder so. Aber da hatte ich einfach... Musste ich einfach schießen. Und ja. Ohne viel zu sehen. Ja. Junge. Was soll das denn immer? Er hat mich ultra weggefetzt. Ey. Guck dir die an. Das ist unglaublich. Er gibt dir nicht eine Karte. Oh, ist das lächerlich. Man weiß nicht, dass Kaste faul. Aber er hat mich komplett dran gehindert. Ja, doch. Er hat mich voll umgehauen eigentlich. Habe ich jetzt gerade vorhin gar nicht so gesehen. Das ist echt dumm. Halbzeit. Wieder 0-0. Also, ich verzweifle. Ist das traurig einfach. Mann. Wie versteht es bei den anderen? Das ist eine gute Frage. Barcelona führt mit 1-0, ja. Wenn Barcelona gewinnt und wir auch. Das wäre so Premium. Alter, Mann, was soll ich machen? Ich weiß es nicht. Frust rausgelassen. Er ist verletzt. Der steht nicht mehr auf, Alter. Den hast du... Den hab ich getötet. Der hast du einen gegeben. Doch, jetzt kommt er wieder her. Angekrochen. Aber es ist echt... Soll ich gleich nochmal, wenn er wieder aufstehen will. Das ist echt dumm, echt. Guck dir die an. Wir müssen hier... Wir brauchen mehr Männer vorne. Jetzt, jetzt. Er steht da. Oh, was? Wir haben echt kein Glück. Wir haben auch Pech. Also, ein Lattenschuss muss in jedem Spiel dabei sein. Junge, er macht nichts. Seine Scheißballrollen in den Gegner rein, Alter. Die wollen mich doch eigentlich komplett verarschen. Ich wechsle gleich das ganze Team aus, echt. Okay. Ischak rastet aus. Jetzt rastet er richtig. Es wird die goldene Ecke endlich mal. Okay, ja. Wir haben noch nie ein Eckballtor gemacht. Es kann doch nicht sein. Ich kam zwar zum Kopfball und war ja nicht kacke, aber... Halt nicht Glück, ne? Ich hab jetzt auf total angewünscht, steht jetzt halbwegs mal jemand da. Oh, du hättest passen müssen. Ich hab grad gedrückt. Es hat diesmal was gebracht. Angeschnimmter Schuss. Yes! Ich hoffe, das reicht. Jo. Geiler Typ. Absolut. Also, er heilt rum, dass er nicht spielen darf. Ey, ich hab das gewusst. Wie kann man den nicht halten? Wie kann man den nicht halten? Ich hab hier aus gesehen ein bisschen aufgedrückt, aber er stand hier wieder im Tor, als der Schuss kam. Junge! Was ein Bob. Totale Angriff. Nein! Er boxt mich um. Und er schiebt... Oh, was? War noch ein Vorteil, Junge! Ja, da hat anscheinend keinen Bock. Ja, das wird eh nichts. Ich fordere den jetzt an, oder? Ne, soll ich... Mach ich nicht. Oh! Er war gar nicht so kacke. Aber es ist jetzt eh vorbei. Komm, das könnte mal eine Möglichkeit werden. Komm, komm, komm. Pass, pass, pass. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Nein! Oh! Wär er mal zu mir gekommen. Wär auch nicht schlecht gewesen, aber... Das war auch nicht schlecht, aber... Ich wurde immer langsamer und... Oh, wir klingen noch mal eine Ecke, aber... Ah, shit, ey. Das ist jetzt die Ecke des Erzähns. Das muss sie sein. Nein, das ist sie aber nicht. Aus. Dieses Spiel will mich verarschen, echt. Werde ich erstmal umgehauen. Ey, dieses Spiel will mich verarschen. Zweimal in der einen Folge unentschieden. Letzte Folge auch nicht viel besser. Und jetzt sind wir nicht sicher weiter. Wer wissen will, wie Barcelona gespielt hat. Wer wissen will, wie die nächste Folge weitergeht. Wo wir in der Champions League stehen. Wo wir in der Premier League stehen. Unbedingt vorbeischauen. Unbedingt auch Bayern vorbeischauen. Vielleicht läuft es da ein bisschen besser. Ja, das nehmen wir jetzt auf. Hau rein. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.